So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands hier auf dem YouTube-Kanal des Klammströber-Tiger zusammen mit Max, Juri und Alex. Einfach mal jemand helfen oder geschotzt aus? Einsteigen. Ja, Dominik hat ja bis in sich zeigen lassen, ne? Halt da Maul! Eins, Panzerwagen! Na, einsteigen! My Fire is down! In One-Man-Army. Ja, weil du keine Freunde hast. Ja, einsteigen, geschützt! Irgendwer! Los! Ne, mach'n Licht aus! Ja, mach'n Licht aus! Mach'n Licht aus! Ich guck mal, was da passiert! Ist schon spät! Alter, mach'n Licht aus! Ist so aus! Naja, wo ist derjenige, der mich gerade gesehen? Ach, da ist derjenige! Ich hab'n Licht aus! Ich hab'n Licht, Tando! Markier'n Hauptmann! Hab'n indirektes Feuer angefordert! Ziel Nummer 5! Uuuuh! Das war ich übrigens. hallo hallo ja ich lieg hier ja ne ich hab mich nur gewundert worum ich das drauf drücke und immer noch kreiselt guten tag danke guten tag ja moin messi die kuh aaaaaaah verdammt ich lieg auf dem dach ah ich komm ich lieg auf dem dach joo oberta sind elf eindos schon gesehen fuuuuck du musst nicht e-sbamern alter meine einmal sagen und fertig fertig geh doch jetzt hallo wie bist du da hoch gekommen da ist so eine kiste ja hab schon eine kiste gefunden musst du aufpassen da hinten ist ein sniperrohr ja ist in Ordnung hallo ich mag jetzt dich heilen lol ich lieg 20 Meter von dir weg ne wollen wir nicht we go and turn it up till it gets me we go and turn it up till it gets me da kommt der messer jetzt ja das ist noch ein tango lol von hinten ne komm raus aus deinem butzelmannhaus lol da 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 alter du schwanz dieser urn urn ne ne ich ich wehre gleich beide wären die leute hier konsistent und wären nicht rumpacken ja vor allem einfach kommt wieder einfach einer von hinten ne der noch da ja ich hab nichts gemacht da 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 ist er ja ja bin gleich bei dir Alex ich muss hier aber ein bisschen durchkämpfen ich weiß ich weiß ich weiß da ist er der war ja in der haus drin der mensch sollte mal ein schwanz Eis essen oh ho 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 der ist heiß 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 warte mal halte ein ne ne eh ja eh halten musst du eh eh musst halten hehehe von wo denn du halte ein was ich weiß es nicht max jojo ja werd ich wiederbelebt natürlich hab ich die du vorstern lol lol soll ich dir soll ich jetzt auch mal für dich ach du granate also du die bei unten was machst du ja ich muss jetzt erstmal hier die gegend säubern bevor ich dich wiederbelebe ist zauber kommt das meiser ding zu mir alter du stehst ernsthaft du äh ich muss dich im stehen wiederbeleben really so leb jetzt ernsthaft du hast dich verpackt und ich heile jetzt schnell bitte danke von dem her scheiße wer kommt danke komm schon geht's echt nicht ja jetzt ja jetzt ja jetzt jetzt ist die richtige äh ja ein bisschen verlust haben wir immer und so hast du nee ich bin immer noch los mann ruby's auf come on soll ich mich bei dir spawnen ja bitte respawn isch mit der favor oh mercer 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 mhm ui leichte waffe nehmen ist glaube ich kleiner ich wusste es alter jedes mal wenn man sich auf einer Insel wiederbeleben lässt landet man 12 Milliarden Kilometer wieder entfernt äh oder Arsch das sind 500 Meter Alter ich krieg die Krise ne die Kripte bring die scheiße mal in die Luft Ratterboy erhol und ist ne Waffenkiste die hole ich mit aus 1k ja die hab ich mitverdient bist du oben oder ja die ist hier unten echt ja mhm ist ja nur ein Rüstungsteil kurzer kurzer Lauf für Stummgewehr aha Mission nehmen kurzer Lauf für Stummgewehr ist äh eklig hä wo wo ist Stricks Mission? die ist ganz unten die ist ganz unten achso ja gut dann hab ich jetzt halt da hab ich halt den Fertigkeitspunkt ja mach ich warte ich ist schon kaputt dann zieht man plötzlich Hackerei obwohl man da nicht wirklich zieht wow lol achso wir müssen jetzt äh ja verteidigen ok danke 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 dafür wir wussten doch nicht dass wir verteidigen müssen mit starten ich dachte wir konnten uns dann verpissen dachte ich auch hätten wir dich mitnehmen können alle Leute der hinten greift mich an mich im Holzboot ja jojo rechts von dir das sind noch mehr Sackkröten ok ok es funktioniert nicht er hat auch nicht gesnipert in meinem Bolzenmarsch jo kümmere dich um den rechten Heli ich mach den linken der ist ja auf mich konzentriert ab ihn nice auto auto granate ist raus ja doch ich mach Spottel hier granate ja granate ist raus was anderes was anderes ne nichts anderes ja da ist wieder 1 großer Heli mit 2 großer MG für später hab ihn er ist tot ja 4 MG ist wenn der Pilot wüsste wie man sie benutzt weiss aber ne nein nur 2,5 und vor allem kannst du damit nicht zielen doch wenn du den Arsch bewegst ja wow da kannst du trotzdem nicht gescheit zielen wo sind denn die Hirten? ach da da ist ein Hirte der jetzt nicht am Stein lebt ja Alter brennt die Mauer da brennt der Baum da unten ist jemand gekommen glaube ich tot ne tot ok der stand da nur rum und hat in die Gegend T.O.T. wehrewelle T.O.T. ernsthaft? mit K.L.O.G. mit C.O.D. mit C.O.D. ja komm lass nur C.O.D. spielen ne NEIN fuck untergesprungen ne ich dachte da wär'n äh kein Spalt zwischen den Gebäuden voll ja ne kommt noch irgendwas krasses? wir sind langweilig da ja man will immer nur einer kommt und ich weiß schon ja man ja man ja das ist mal Spawn Camping alter ja man hier unten sind Gartenstühle die gefallen mir nicht ne? ruf doch bei Dingern bei äh Tine Hitler Baumarkt ja die Tine Hitler alter da Couch gefällt auch nicht ja genau auf die Couch und die Couch schiebt's nicht Achtung ein Auto das ist die Gangster Couch hehehe Achtung ein Auto Bump ups der Hau da raus ey wer fiel eigentlich die Granate oder wird die automatisch geworfen? natürlich werfen wir die ich weiß nicht ob ich wissen will wer auf der Gästeliste ist naja vielleicht lassen wir es ja auch automatisch ne? klar wer weiß jetzt erlange die VIP Liste bitte ja mach ich schon bin dann dabei wow wir haben ne neue Waffe und ne Sonnenbrille wir haben die goldenen Sonnenbrille hehehe erstmal die Granate da drauf Fassist Video gucken ein Gewissen ist gefährlich vor allem für die Person die es hat Ramon Feliz konnte nicht mit sich leben er war kurz davor den feigen Ausweg zu wählen als anscheinend hatte Feliz trotz seines Wechsels zu uns noch eine Quelle die bereit war ihm Informationen zu liefern und Chivato Informationen die ich jetzt kannte da leute von mir seinen Computer überwachten es ist ein Jamm hätte Ramon gewusst was unterwegs war hätte er sich getötet Microphone activated genau habt ihr auch das Video geguckt? ja schau mal wo es als nächstes hingeht ich würde sagen nach Tabakal? vielleicht? oder nach Pukara? ja also da wäre alle zwei kreuzel kack scheiße also müssen wir Pukara machen entweder oder Tabakal oder Tabakal und da Tabakal näher ist würde ich mal sagen Tabakal oder? ja hab ich gehört genau hast ja richtig gehört mit Pukara mit Pukara dann oder danach oder was? ja warum machen wir nicht jetzt Pukara weil es weiter weg ist ja wir haben vorher der Malaka gemacht wir sind ja schon durch Pukara durchgeflogen mit Rotten ist es weiter weg einfach machen wer fliegt? keine Ahnung ja der Pilot dann bitte eine äh Wegpunkt haben wir hab ich A und C das ist ja lustig echt? wirklich? ja ein neues Super Mario ja 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 wo fliegen wir hin? ich hab den Fertigkeitspunkt noch nicht fällt mir gerade ein oder auf ja weil ich so weit weg gespawnt bin wo ist denn der? machs mir mal einfach im Haus oben wie gehts denn dann auf? in der Götter? keine Ahnung wo ist die? eben raus ok vielleicht kennt dieses Haus nicht ich check mal die neue Sonnenbrille auf die goldene wow wow die sieht wunderschön aus ne? ist die Plastiksonnenbrille nur mit goldenem Rahmen mit echt Gold so richtig dick natürlich wie ich 50 Kilo mich wundert warum gerade der Jojo immer so rumpackt der Jojo ist das einzige der nicht in mir gesitzt also bei mir packt gar nichts das ist äh Ubisoft das ist das Problem wo sie schon seit ewig Zeiten haben das Kleinzeit und Kleinzeit nicht immer aktuell ja ja seit ewig Zeiten ist das seit Anfang an aber seit Ewigkeiten und nicht seit ewig Zeiten wenn jemand Hilfe für irgendwelche Deutschaufsätze braucht ne? Dominik ja der ist der Germanistik Profi natürlich natürlich nicht gewusst schreibt ihr auf Ding auf Website macht ihr hier Beschreibung Link klickt drauf schreibt in ihm und dann bitte solche Anstrengungen wie Hürfe Deutsch was diese Hürfe von Deutsch ja Hürfe Deutsch von Deutsch von Deutsch ja 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 wow wahrscheinlich ja ja wahrscheinlich ja wo fliegst du hin alter? nicht so schnell ne? ja wir machen aber wie grenzen ne? wir könnten ja am Ziel ankommen das will ja keiner Alter guck mal da drüben alter das sieht voll geil aus Der Heli ist halt nicht zu flott. Willst du verarscht? Die Räder drehen sich. Ja, wir fahren doch am Boden nicht lang. Natürlich. Wirst du das nicht? Ich würde mal wegen höher fliegen, da ist ein Berg. Ne, da ist zwei Berg. Da ist ein großer Berg. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal Folgen, und sehen uns dann, wenn wir am Ziel wieder sind. Und wie immer, checkt die Videobeschreibung für alle Links zu Webseiten und anderen Social-Media-Rubs. Da... Ne, immer noch nicht da. Abonnieren? Halt dein Maul. Da unten eine Playlist von Wildlands und da drüben ein Video, was YouTube zufällig für euch raussucht. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Haut da rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.